Was war das denn? Ich habe viel Feedback gekriegt zu den gestrigen Bewegungen am Markt und wie sollen wir denn damit umgehen? Wie kann man sowas gegebenenfalls nutzen bzw. was kann man jetzt noch aus der Geschichte machen? Aber natürlich auch die Frage, ist da irgendwie was, was man daraus als Erkenntnisgewinn ablesen kann. Gucken wir uns das Ganze mal an und zwar bewusst im 5 Minuten, ich sage immer Nahkampfchart. Ihr seht die Situation, gestern bis zu den CPI-Daten sah ungefähr so aus, der Kurs ist nach oben gegangen. Und ihr könnt schon erahnen, wenn der Kurs jetzt hier in dieser Situation, das sieht nach einer starken Bewegung aus, wäre er wackelig runtergekommen, hätten wir natürlich die Long-Seite gehandelt und zwar ab dem Bruch dieser Zwischenhochmarken. Das ist nicht so gekommen, insofern musste man hier gar keine Angst haben. Man lag ja nicht auf der falschen Seite hier, man konnte ja gar nicht irgendwie was hier die Long-Seite tun. Im Gegenteil, die Marktteilnehmer sind kurzzeitig erschrocken. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum der Kurs so runter ist. So schlimm fand ich die Daten nicht, aber darauf kommt es nicht drauf an. Wir müssen das nehmen, was der Markt daraus macht. Das können manchmal erschrockene Anteilshalter sein, die jetzt sagen, ich schließe meine Positionen alle. Das kann sein, dass das irgendein Algo war, der da eine heftige Bewegung losgetreten hat und dann sind andere aufgesprungen. Alles möglich, aber das ist für mich Makulatur. Es ist nicht wichtig, warum es ist, vielmehr ob es ist oder ob es eben nicht ist. So, zu diesem Zeitpunkt hatten wir die starke Abwärtsseite. Und meine Voraussetzung für einen Short wäre dann, dass wir irgendwas Korrektives nach oben bekommen, um dann gegebenenfalls Fortsetzung in die starke Richtung, und die war ja vorher abwärts, um die dann eben zu bekommen. Also etwas dreiwelliges oder irgendwie überlappend Korrektives, aber dreiwellig geht auch, nach oben. Das wäre ein Anzeichen gewesen für Shorties. Also, um da nochmal aufzuspringen. Was hat der Markt gemacht? Gucken wir es uns an. Alles, aber keine Wackeligkeit, nichts zum Überschneiden und auch nichts zum Triggern hier. Also insofern, man lag hier nicht falsch. Es gab überhaupt gar keinen Grund, hier sich auf die falsche Seite zu setzen, denn es gab keine Einladung, die in die falsche Richtung hier gelockt hat. Natürlich weiß ich, dass es einige Marktteilnehmer gibt, die sagen, aber ich mache es jetzt trotzdem mal, ich freue mich schon. Ja, aber das wird meistens vom Markt bestraft oder zumindest mal so häufig, dass es nicht so viel Spaß macht, so vorzugehen. Deshalb achtet immer drauf, lasst euch das zeigen, dass der Markt dann nach der starken Seite erst eine schwache Seite macht und die dann sozusagen auflöst, indem man quasi diese Zwischenhoch dann triggert. So, gucken wir uns an, was wir hier jetzt haben. Also ihr seht in dieser Aufwärtsbewegung, das ist jetzt wie gesagt fünf Minuten, solange ihr drei Welle habt und das nach oben geht, wüsst ihr, es ist nicht die richtige Richtung. Wackelig habt, wüsst ihr, es ist nicht die richtige Richtung. Das ist eben so eine ganz klassische Geschichte, wenn ihr sowas seht. Ah, es geht vorläufig eben noch weiter. Das ist zumindest mal ein sehr klarer Indiziengeber. Ein Beweis ist es nicht, wenn ihr das euch wünscht. Nee, ich muss es immer genau, ganz klar wissen, das geht leider nicht. Natürlich, ich weiß, man wünscht sich das gerne, aber das sind dann die frommen Wünsche, die nicht in Erfüllung gehen. Aber man hat zumindest mal ein Indiz, dass man sagt, okay, vorläufig ist es noch die eine Richtung. So, jetzt gucken wir mal an, was wir hier an Aufwärtsbewegung von hier haben. Im Moment sieht das so aus und wir sehen schon, dass wir hier ein bisschen runter sind. Das wird jetzt gleich spannend werden. Kriegen wir eine Überschneidung, dann sehen wir, dass er nach oben deutlich dann einen Schwung verliert. Wir sehen ja hier auch schon Überschneidung hier auf den Korrekturen, auch hier schon. Das heißt, ja, immer noch Aufwärtsrichtung, haben wir hier angeguckt, aber der Druck lässt nach. Ja gut, das ist offensichtlich, nachdem es so nach oben gegangen ist, geht ja immer noch nach oben, aber eben viel flacher. Und wenn wir jetzt hier diese Überschneidung kriegen, das sind alles Zeichen. Ja, vorsichtig, jetzt nicht mehr unbedingt irgendwie was Longmäßiges nochmal raussuchen. Was ich mir jetzt eigentlich wünschen würde, ist, dass wir ein bisschen zurückkommen. Dass wir quasi die starke Richtung hatten und jetzt anschließend irgendwas Korrektives in irgendeiner Form haben, was uns wieder ein bisschen zurückbringt. Ganz grob kann man sagen, da nimmt man die Fibonaccis und misst mal nach. Reine Fibonacci-Freunde würden jetzt tiefste Punkt, höchste Punkt messen und wüssten, naja, so eine klassische Korrektur irgendwo hier rein wäre schon klasse. Und je mehr es korrektiv aussieht, also je mehr es irgendwie so aussieht, würde das bestätigen, dass das die Aufwärtsseite ist, die stark ist, dass die Abwärtsseite ist, die ganz klar viel schwächer ist als die Aufwärtsseite. Und wer anschließend die Aufwärtsseite wieder fahren können, denkt an diese Zwischenhochs, die wir hier dann vielleicht dann nochmal bringen. Es kann also sein, dass das erst nach dem Wochenende passiert. Also dieser neue Anstieg, also etwas wäre, was man ab Montag dann entsprechend gestalten kann. Das ist durchaus denkbar, rechnet damit, dass das passiert, also noch ein bisschen sich hinzieht und wäre eine Einladung vielleicht für Shorts im Laufe des Nachmittags. Das müssen wir uns gleich nochmal genauer angucken. Denn wenn wirklich dieser Rücksetzer hier nach unten kommt, dann wäre das ein Zeichen dafür, dass die Abwärtsseite da nochmal, ja, also als Korrektur jetzt durchaus in Frage kommt. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das wäre also ein ganz typisches Bild, ein normales Bild, dass wir da irgendwo reinkommen. Ihr habt die Werte, konntet ihr hier ablesen. Hier, ich habe es ja extra gemacht. Im Zweifelsfall mal selber mal Fibonacci. Ihr könnt das auch bei euren Lieblingsindizes. Ich habe es jetzt hier beim S&P 500 gemacht. Ja, dann seht ihr hier ungefähr 3.500 von mir aus auf 85, ein bisschen höher 3.650 von mir aus. Von mir ist es auf 55, wenn es sein soll. Aber wichtig ist, das sollte umso weniger es so aussieht, desto besser ist die Chance, dass es danach nach oben geht. So zum Beispiel A, B, C. Dann haben wir schöne Trigger hier für die Longseite. Ein Hinweis für die Profis unter euch, tatsächlich sieht das ein bisschen doof aus. Diese Bewegung von hier bis hier, von mir aus auch noch bis da, da würde man wahrscheinlich sagen, ja, okay, das sieht so nach einer einhelligen Aufwärtsbewegung aus. Das ist ein ganz klarer Aufwärtsschub. Alles, was wir hier jetzt haben, das könnte so eine hässliche Seitwärtsbewegung, ich habe da neulich drüber gesprochen, diese Flatbewegung sein. Und dann ist es trotzdem ein Schub hier nach unten. Ein Schub, normalerweise würde ich sagen, wenn es dann hier wackelt, dann geht es sogar noch mal weiter nach unten. Allerdings, deshalb ist es so wichtig, wenn es tatsächlich heute Nachmittag einen Schub runter gibt und die Antwort ist dann wieder steil hoch, dann ist es von mir aus auf der kleineren Ebene die Einladung für die Longseite. Ich weiß, damit habe ich jetzt viele verloren, das ist ein bisschen viel, aber vereinfacht könnt ihr euch merken, eine wichtige Voraussetzung, um vorzüglich in der richtigen Richtung unterwegs zu sein, ist, eine Seite muss stark sein, die andere Seite sollte verhältnismäßig schwach sein, die sollte zu Ende sein und ein Indiz sind zum Beispiel diese Zwischenhochs. Alternativ, wenn ihr eine starke Abwärtsrichtung bekommt, dann braucht ihr eine wackelige Aufwärtsbewegung, wackelig oder dreiwellig Aufwärtsbewegung und Trigger, um dann die Abwärtsrichtung noch mal zu fahren. Das ist kein Hilfsmittel, was immer in allen Fällen 100% funktioniert. Nicht, dass ihr jetzt den falschen Eindruck habt, klasse, nie wieder Minus-Trades, doch ihr werdet regelmäßig trotzdem Minus-Trades haben, aber die Minus-Trades sind standardmäßig kleiner als die Gewinn-Trades, denn die Erwartungshaltung, dass es danach ja in die starke Richtung stark weitergeht, die ist eben größer, das heißt, euer Risiko ist vielleicht dann so eine Entfernung und euer Gewinn ist vielleicht so eine Entfernung, das heißt, selbst wenn ihr nur jedes zweite Mal richtig lagt damit, vielleicht nur 50% Trefferquote, macht ihr immer noch deutlich mehr Gewinn, denn wenn ihr das gegeneinander rechnet, habt ihr immer noch diesen Überschuss, der euch dann eben hilft, hier da was Positives rauszulegen. So, Quintessenz für heute Nachmittag, schnell Überblick über die Indizes noch mal. Wir haben im Jüngsten einen wunderschönen Anstieg, mich wundert das auch nicht mit diesem Rücksetzer da, wir dürfen nicht vergessen, wir hatten vorher eine Bewegung, die ist hier irgendwie runtergegangen, das kann innerhalb dieses Abwärtstrends die letzte Welle sein, auch hier hatten wir so einen halben Fünfweller und wir wissen, Trendbewegungen gehen gerne in Fünfwellen, das heißt, wir haben übergeordnet Fünfwellen, wir hatten untergeordnet Fünfwellen, wenn die rum sind, kommt eine Gegenbewegung. Mögliche Zielhöhe in etwa, vielleicht so diese Box hier, also das, was wir hier haben, auch wenn ich das nicht für heute Nachmittag erwarte, sagen wir mal so, was ich glaube, ist mal eine andere Geschichte, aber meine Erwartungshaltung ist das nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, wir gehen vorher noch mal runter, das ist das, was ich hier angedeutet habe und anschließend erst in der nächsten Woche nach oben und hier wird dann neu entschieden in dieser Größe in etwa hier 3.800 bis 4.000, ganz grob. Auch hier gilt wieder als erste Orientierung Fibonacci, höchster Punkt, tiefster Punkt und dann seht ihr, merkt es so ungefähr die 38, 20er, die 61, 8er Marke und wer kein Fibotool zur Hand hat, der nimmt einfach die Hälfte, das kriegt ihr ungefähr hin, auch mit Augenmaß, macht es ein bisschen drüber, macht es ein bisschen drunter, also theoretisch würde ich die Box sogar ein klein bisschen noch größer malen, als ich sie jetzt hier handzeichlich gemalt habe, irgendwie sowas in der Richtung, das würde mich nicht wundern. Wie gesagt, nicht zwingend für heute Nachmittag, da würde ich eher eigentlich erwarten, dass wir sowas hier bekommen und wenn das wirklich korrektiv aussieht, das weiß ich nicht, das ist keine Ankündigung, sondern nur eine Vermutung oder sagen wir noch Hoffnung, letztlich kann er hier ja machen, was er will, aber wenn er das dann liefert, dann habe ich die beste Voraussetzung, auch günstig hier in diese Position reinzukommen, also da der nächsten Long eben zu fahren und das ist bei fast allen Indizes aktuell gleich, auch hier hätten wir so eine Situation möglich, auch beim Dow Jones haben wir so eine Situation möglich, also dass er hier noch so gefallen ist, das muss uns nicht stören. Rechnet damit, dass es mal steil in die eine, mal steil in die andere Richtung geht. Rechnet aber auch, nur wenn die eine Seite steil, die andere Seite schwach ist, ist das für ein Trade gut. Wenn die eine Seite steil, die andere Seite schwach ist, ist das für ein Trade gut. Ansonsten kommt man bei solchen Geschichten schnell unter die Räder. Deshalb ist diese grundsätzliche Methode, die könnt ihr verfeinern, wenn ihr sagt, ich habe aber noch so ein bisschen Indikatoren oder von mir aus auch, wenn ihr andere Hilfsmittel, von mir aus auch fundamentale Nachrichten damit reinarbeiten wollt, ob das passt, gerade bei der Zielweite, ob ihr sagt, sehe ich auch so, mache ich lieber enge Ziele, mache ich weite Ziele. Könnt ihr das alles mit reinarbeiten, aber es hilft euch eine Menge Schrott zu reduzieren bei dem Trading und vor allen Dingen die Chance, Risikoverhältnisse auf der richtigen Seite zu haben. Und man hat dann häufig den Vorteil, dass man auf der schnellen Bewegung unterwegs ist. Wenn das gelingt, ist es natürlich immer besonders schön, weil man sagt, ich steige ein und anschließend tut sich da was und dauert das nicht ewig. Leider lässt sich das nicht immer so auflösen, aber ihr habt, glaube ich, verstanden, worauf ich hinaus will. Das ist beim DAX grundsätzlich ähnlich, auch hier starke Aufwärtsbewegung, vielleicht jetzt hier ebenfalls diese Seitwärtskorrektur, das ist ebenfalls denkbar, ein Flat für die Profis unter euch, dann müssen wir halt auf der kleineren Ebene dieses Muster nochmal abwarten. Das gäbe uns dann auf jeden Fall sinnvolle Einstiegsmöglichkeiten, um dann long zu gehen. Auch hier haben wir eine realistische Chance, dass es erstmal nach oben geht. Wir haben mehrere Varianten, ich glaube, ich hatte das hier irgendwo gezeichnet, aber nicht kommentiert für euch. Ihr seht das hier nochmal eins drüber beim S&P, so der Trendkanal. Ich bin kein großer Freund, dass das jetzt ein Riesenwiderstand ist, aber ihr seht schon diese Trendkanallinie, vielleicht dieses Fibonacci-Verhältnis hier auf diesen Abstieg. Wir hätten durchaus eine Chance, dass aktuell die Jahresendrallye ganz zart schon mal anfängt und uns in den nächsten Wochen vielleicht in Richtung 4000 da tatsächlich nochmal führt. Abwegig halte ich das nicht. Für abwegig halte ich das nicht. Ob das im kleinen oder im größeren Bild ist, wir werden das sehen. Ich halte euch hier am Laufenden. Am kommenden Montag werde ich euch nicht auf dem Laufenden halten. Da bin ich nämlich unterwegs. Ich fliege nach Tokio wieder zurück. Das heißt, in der Zukunft habt ihr wieder Videos von dort. Sicherlich viele am Charts, manchmal auch von außerhalb. Um euch ein bisschen Eindrücke von dort ebenfalls mitzugeben. Das bedeutet allerdings, am Montag fällt leider da der Service hier aus. Kann ich nichts machen, denn da bin ich noch unterwegs. Aber ich vermute, klopfen wir mal alle auf Holz, dass ich ab Dienstag wieder mit dabei bin. Wenn ich am Dienstag nicht bin, noch nicht da sein sollte, dann ist der Flieger möglicherweise nicht abgestürzt. Dann brauche ich einen Tag länger, um meinen Betrieb wieder aufrecht zu fahren. Nach dieser langen Phase, die ich jetzt in Deutschland war, ist sowas wie Internet und sowas alles abgetakelt gewesen. Ich hoffe, dass das am Dienstag dann schon alles wieder zur Verfügung steht. Ich gehe aber mal davon aus. In diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, ein schönes Wochenende. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.